so warm heute allerdings nicht so warm allerdings beschwert sich dennoch wir haben so ganz leichte schlieren wolken wenn das nicht wieder rauch ist gestern nacht müssen die fenster zu machen wenn es auch plötzlich wieder nach rauch naja die eines auf dem balkon beschäftigen ansonsten wird heute wohl nicht viel gehen mal gucken so ist schon rumgekommen italien wurst das sieht man eventuell nicht so gut aber das ist kein blauer himmel also die sonne schon wieder hinter so einer rauchschicht und ja offiziell haben wir moderat ist die luftqualität morgen angekündigt an herr wie auch hier sieht man das ist nicht wirklich blauer himmel scheint ein bisschen blau aber da ist ein bisschen grau rein gemixt und das ist schon wieder smoke ich kann es nicht glauben morgen wieder anhält hier also es geht kann man kann wieder nicht nach draußen gehen also ohne gefahr zu laufen sich in irgendeiner form zumindest minimal zu vergiften ja obwohl heute noch mal fahrrad fahren gehen oder sonst was ist noch die frage die sonne ist nicht hundertprozentig am start seltsames licht schon wieder woher kommen sind dann auch? woher kommen kommst du? sahst du das? dass russia抱te ihre soziale Medien benutzen? eigentlich genauso gut aussehen wie die die wir vor drei vier wochen oder wann auch immer gepflückt hatten die sind nicht so süß siltsam So, wir sitzen hier schon wieder. Wie so ein verfluchter Antrag. Na, wir sind die ganze noch mal durchgegangen. Jetzt wird alles noch mal schön ausgedrückt, was nicht so doll war. Das letzte Mal. Dann wird es noch mal durchgegangen. Dann wird noch mal geguckt, ob die Instructions nicht noch mal irgendwas sagen, was wir jetzt irgendwie vergessen haben. Dann wird es noch mal durchgeguckt und dann ist es eigentlich fertig. Wenn wir nicht noch was korrigieren, erweitern oder sonst was müssen. Das ist ein Drama. So ist Sonnenuntergangszeit. Allerdings irgendwie keine Sonne. Also wir checken das jetzt mal eventuell bei Walmart vorbei. Büroclips holen, eventuell noch Salat und sowas. Okay, wie vermutet bereits zu Hause, es gibt keine Sonne. Keine Sonne, kein Sonnenuntergang, nichts. Es ist halt einfach superdiesig-raufig. Und man sieht, es ist zwar noch ein bisschen hell, aber es gibt einfach nichts zu fotografieren. Also direkt zu Walmart ohne Umweg. Ja, wir haben fast alles bekommen, was wir wollten. Und ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann in den Lichtern hier. Aber es ist schon wieder rauchig. Oh Mann. So, Dinner ist bereits um 20.09 Uhr. Und es gibt Thunfischsalat und einiges. Ich kriege das Cezanne-Brötchen von gestern aus. Die hat Diane nämlich nicht gegessen. Und die Diane und ich auch später. Da gibt es noch, naja, die amerikanische Version von... Aber es ist nicht knackig. Ich weiß nicht, es ist nicht die gleiche. Ja, auf jeden Fall soll das der Teig sein von Brezeln. Und diese Brötchen. Ich weiß nicht, wie der genau heißt. Sauer? Nee. Laugenbrötchen. Laugenbrötchen, genau. Aber die sind halt... Es ist halt alles nicht so knackig. Beziehungsweise alles kann man so zusammendrücken. Es ist ein bisschen anders. Ja, es ist halt die amerikanische Version. Es ist halt nichts halbes und nichts ganzes. So, aber das war's. Season 7 von Alone vorbei. Wir wissen, wer gewonnen hat und wer nicht gewonnen hat. Und... Ja. Wir haben's geschafft. Und... Der Müll ist auch wieder voll. Und ein paar Mandeln haben wir. Fertig. Ja. Das gibt wieder eine gute Portion. Für was auch immer. Also kurz bevor hier die Erntezeit losging, habe ich ja die letzten Mandeln vom letzten Jahr aus dem Kühlschrank, ähm, hab ich ja jeden Tag ein paar gegessen, beendet oder geleert. Und die halten sich ja wirklich gut. Die werden weder trocken noch sonst was im Kühlschrank. So. Eine kleine Motte gab's heute Abend. Ähm... Ja, schon super spät. Wie zu spät, um ins Bett zu gehen. Die Ernte schläft schon lange. Nice und kühl draußen. Allerdings verschlechtert sich die Luftqualität. Ich habe leichte Kopfschmerzen. Sonst eventuell kommt das schon bereits von dem... äh... moderaten beziehungsweise unhealthy für sensitive... Das ist glaube ich zwischen unhealthy für sensitive people und unhealthy schon wieder. Eigentlich wollte ich mal nach Sacramento fahren, um da auf Lachs zu angeln, aber erstens sind die noch in der Bay die Lachse und ziehen erst sehr vereinzelt den Sacramento Rebo hoch und zweitens sind die Luftqualität dann noch wesentlich schlechter. Ja, morgen wird's nochmal angenehm und übermorgen auch und dann wird's wieder warm. 36, 37 Grad. So, morgen wollen wir den Antrag wegschicken. Mal gucken, ob das klappt. Ähm... Ja. Ich hab jetzt Bett. Ansonsten. Dänisch. Jangan lupa. Läst. Dänisch. Dänisch. Ge www.��os.com. Dänisch. Vielen Dank.